Die USA verschärfen Regierungskreisen zufolge ihre Sicherheitsbestimmungen für bestimmte Flüge aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Demnach dürfen betroffene Passagiere größere elektronische Geräte nicht mit an Bord nehmen. Tablet, Computer, Laptops und Kameras müssten mit dem aufgegebenen Gepäck befördert werden, sagten mehrere US-Regierungsvertreter am Montag. Mobiltelefone sind ihm zufolge nicht betroffen. Anlass sei eine nicht näher ausgeführte Terrorgefahr, von der die Regierung vor einigen Wochen erfahren habe. Fluggesellschaften aus Jordanien und Saudi-Arabien bestätigten die US-Maßnahmen.